Und da sind wir bei der nächsten Runde Audio Shield, Leute. Heute werden wir mal den schweren Modus ausprobieren. Und ich kann euch eins sagen, das ist sehr, sehr heftig. Also viel Spaß, los geht's. Und da sind wir wieder mittendrin in Audio Shield. Was nehmen wir denn diesmal? Brainpower, hört sich gut an, oder? Disturbed. Wir nehmen einfach mal Brainpower, was auch immer das ist. Und wisst ihr was, diesmal versuchen wir mal hart. Wir gehen jetzt mal auf die Stage. Das hörte sich schon sehr, sehr schnell an. Herzlichen Glückwunsch. Und dann noch auf hart. Ich hab noch nie hart gezockt. Ich bin gespannt. Oh, oh. Um Gottes Willen, ich werd so verscheißen, Leute. Oh, oh, da geht's schon los. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Danach bin ich durch. Danach muss ich eine Pause machen. Alter, Alter. Alter, Alter. Boah. Scheiße. Manchmal kommst du mit dem Gehirn durcheinander, ey. Wie ist denn da bitte ganz hart? Scheiße. Nein. Scheiße. Nein, jetzt bin ich völlig raus. Oh, Mann. Wenn du einmal draußen bist, dann kannst du es knicken, ey. Boah. Boah. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wow! Boah, legt mich fett, Leute! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Diese Doppelscheuert! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Leute, Leute! Oh! Oh! Oh Gott! 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 Oh Gott!